Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen bei meiner Reise durch die wunderschönen Wälder von Medieval Dynasty. Ja, heute wollen wir den Zaun hier rumziehen. Also von da hier rüber und von da hier rüber. Und inklusive Gatter, ist klar, ne? Und dann haben wir hier alles schön eingezäunt. Dann würde ich als nächstes zwei der alten Häuser nehmen und zu Steinhäusern machen. Damit wir da auch mal voran mitkommen. Aber dann fangen wir jetzt nochmal mit dem Zäunchen an. Wir nehmen aber hier weiterhin den alten Zaun. Zack. So, müssen wir mal gucken hier. So. So, ja. Das scheint zu passen. So, wie müssen wir hier? So, ne? Ah, da komm. So ist doch okay. Ja, ich glaube schon. Wir müssen hier sowieso. Hier an der Ecke ist echt doof, ne? So. Jetzt müssen wir mal gucken. Gatt-Vanat. So absetzen. Hopp. Dann kommt hier ein Gatter hin. Hier, achso. Hier ein Gatter rein. Wieso ist das nicht mehr freigeschaltet? Das Team hat ich gekauft. Das weiß ich ganz genau. Na, kaufe ich es halt nochmal. Bis es fruchtet, hä? So, ist doch cool, ne? Checkt es. Äh, nee. Sehr schön. Und tschüss. Wir mussten noch ein Stück weiter raus, ne? Gatter, gatter. So. So. Das müsste doch... Ey, das gibt's doch nicht. Diese Gatter sind echt scheiße, ne? Da müssen wir echt nochmal dran, oder? Diese Gatter zu setzen, das ist ja mehr als kompliziert. So. So. Ja, theoretisch müsste das doch jetzt genau passen. Ja, guck mal. Ja, geht doch. Meine Fresse. Warum denn nicht gleich so? Ehrlich. So, und jetzt von hier aus... Ah. Ein bisschen da rüber. Na. Wie weit soll der denn weg? So. So. Dann hier. Chaka. Ja, Egon, ich weiß noch, kannst du da durch, ne? Achso, nee, hier, Stöcker. Ich hab keine, ne? So, dann nimm doch mal Stöcker her. Boah, das tut's doch wohl. Das soll uns wohl reichen. Nicht die ganz hauen, ne? Ach, guck mal, da ist noch ein kleines Küken draußen, ne? Ah, die kommen wohl wieder rein. Wenn der mir vor den Hammer läuft, ist er selber schuld, ne? So, dann haben wir diese Zäunerei auch schon fertig, endlich. Dann, wie gesagt, zwei Häuser zu Steinhäusern umbauen, ne? Jetzt haben wir mal ein bisschen Zeit für sowas. Können im Moment sowieso nicht viel Neues machen. Und wir brauchen ja auch die Miene frei, oder wir wollen ja auch die Miene freischalten. Dafür müssen wir halt viel herstellen. Viel für die Gewinnung punkten. Ja, von daher machen wir hier alles gerade schon sehr richtig. Ja, finde ich schon. Ja, aber nächstes Mal musst du hier durch, ne? Durchs Töcherchen, mein Freundchen. Kann jeder nicht mehr einfach hier durch den Zaun durchlatschen? Dann ist vorbei. So. Und sonst gucken wir mal noch, wenn wir die zwei Häuser fertig haben, dass wir noch ein paar Laternen mehr aufbauen. Und, also hier so ein paar Standfackeln. Und ich wollte hinten bei uns am Haus nochmal so eine Sitzgruppe bauen. Da ist ja noch diese eine freie Ecke. Ja, Egon. Mensch. Wenn du mein Egon bist, ich weiß es doch nicht mehr. Gertrude. So, genau, so eine wollen wir dann da hinten bauen. Also, ich gucke mal eben, damit ich euch zeigen kann, wo ich das meine. Zwar hier so, ne? Habe ich gedacht, da so schön zwischen noch so eine tolle Sitzgruppe gebaut. So, jetzt gucken wir mal, welche Hütte wir jetzt auseinander bauen. Das sind schon Steine. Wann haben wir denn hier? Utilia, Rainer und Evalda. Ja, komm, die machen wir mal glücklich hier. Erstmal machen wir es so unglücklich, indem wir es rausschmeißen, ne? Aber wir brauchen gleich sowieso nochmal wieder einen Hammer zerstören. Aber ich habe noch ein Hammer mitgehabt, wusste ich gar nicht. So, ein bisschen luftig hier. Nehmen wir einfach mal alles auseinander. Na ja, jetzt. Ja. Dann können wir nämlich schön schon mal alles umstellen hier. Wand aus Stein. Holzwand wie immer. Wand aus Stein. Fensterwand aus Stein. Tür aus Stein. So, so, so. Äh, äh. Hä? Achso, der hat ein Bett erwischt. Vielleicht kann er auch hier im fremden Haus brennen. Habe ich so noch nie probiert, aber würde anscheinend gehen, ne? Achso, die hatte ich doch schon. Das hatten wir schon umgestellt. Hier noch, ne? Hier und das Dach. Wir haben, glaube ich, noch nicht so viele Bretter, ne? Ja, komm. Können wir sonst irgendwann nochmal machen. Aber ich finde das ganz schön so, ne? Holzdach. Ja. So, dann lass mal ein paar Baumstämme sammeln. Achso, habe ich nicht was wiedergekriegt? Kann ich nicht schon ein paar Sachen einbauen hier? Ja, lass mal eben die Holzstämme verbauen hier. Äh. Hä? Ach ja. Überall wo Fenster sind. So, wie viele Holzstämme waren wir? Eins, zwei, drei, vier, 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 fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf, vierzehn Holzstämme. Und hier rein. Ah, 14 Holzstämme. Hallo. Du bist ja schon wieder da drin, ne? Gehst du mir mal aus dem Weg? Ja, zurück. Danke, Moimir. Mein Gott. Wir standen ja schon mal im Weg, ne? So, wie viele Bretter hätten wir denn? So viel sind sie nämlich noch nicht. Ich denke, da werde ich einige beim Holzfäller machen müssen. Ach, komm. Ja, oder auch nicht, ne? Wollte ich dann... Ach. So, wann habe ich denn hier jetzt noch drin, was so heavy ist? Stroh, oh, Stöcker. Ja, die brauche ich jetzt erstmal nicht mehr, ne? Ja, dann hätte ich es jetzt doch vielleicht machen können. Ah, eben einen Schluck trinken gehen hier. Fast schon wieder vergessen. Essen müssen wir gleich auch schon wieder was. So. Sehr schön. So. Und dann läuft der Moimir eigentlich immer hier durch die Gasse. So. Dann bei dem Häusler weitergemacht. Die Holzstämme verbaut. Schuppt. Schuppt. Die haben wir. Sit. Das haben wir. Das haben wir. Dann haben wir nicht, ne? So, dann haben wir hier. 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 Drei. Drei. Eins. Zwei. Dann hat man... Da hat man noch. Da hat man noch. Wo habe ich denn jetzt eins zu viel gerechnet? Hä? Dann habe ich das Fenster da doppelt gerechnet, ne? Gut, dann hol noch mal Steine. Nimm mal so viel, wie du tragen kannst. Holzstammt kann weg. Äh, hier Steine. Wie viel können wir denn? 47. Was kann denn noch raus hier? 0,7 da. Die wollte ich eh essen, ne? Äh, hier. 0,7 Kilo. Dann passt es auch wieder. Ja. Holzsuppe wollte ich eh gegessen haben. Passt doch gut. So, dann weiter hier. Steine einbauen, ne? So, hier gehen einige rein, ne? Ich glaube, waren irgendwas mit 50, 56, ne? Ja, und dann brauchen wir noch mal 36 Bretter. Ne, 24. 24 Bretter. Da gehe ich ja mal beim Holzfäller gucken, hier vorne um die Ecke. Ob der noch Holzstämme hat. Ob der noch Holzstämme hat. So, ja, guck mal, Steine haben wir fast ganz gut zusammengekriegt hier, ne? Aber hier. Aber hier. Dann brauchen wir noch 5 Steine. Ja, die können wir auf dem Weg zum Holzfäller suchen. Siehst du? Hä? Da? Nicht, aber da. So. Steine, 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 Steine hier. So. So. Dann haben wir sie auf jeden Fall. Äh. Mist. So, jetzt haben wir sie auf jeden Fall. Und was wolle ich? Der Holzfäller, wo ist er denn? Da ist ein Jäger. Da. Ne, da ist der Jäger. Dann ist doch da ein Holzfäller. Richtig. Richtig. Gucken wir mal, ob der Holzstämme in seiner Kiste hat. Bestimmt. Ach, scheiße. Und er hat noch ein paar Bretter hier, die nehmen wir mit. Und dann haben wir 9 und wir brauchen 24. Dann nimm doch mal hier nochmal so eine Fichte mit hier. Natürlich fällst du hier drauf. Na klar doch. Ja, das ist so geil, dass dir die Bäume nichts tun, ne? So. Zwei Fichten eben hier. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Gibt schöne Punkte in der Gewinnung. Lohnt sich ja für uns, ne? So. Daraus machen wir mal eben Bretters. Komm, machen wir mal Platz hier. 6 mal 2 sind gerade mal 12. Plus die 9. Dann haben wir 21. Da fehlen da noch 5. Da brauchen wir nochmal eine. Die fallen mittlerweile echt gut, ne? Wenn sie fallen. So, die 6 machen wir mal eben. So. Hallo. So. Machen wir mal 3. Bretter waren es ja. Zwei Brennholz war vier, ne? Ja. So, da haben wir es noch. 27 Bretter. Dann reicht noch Pickel. Letzten Stein haben wir. Und dann machen wir noch so ein Häuschen, ne? Jo. Eins machen wir noch. Habe ich die Tür hier eigentlich schon fertig? Ne, ne? Ach, Mann. Ich bin so dumm, ne? Da brauchen wir ja auch nochmal 6 Steine. Ach, ja. Die habe ich gar nicht mitbedacht. So, aber fast fertig. Nur noch 6 Steine. Oder 5. Einen habe ich ja noch. Mist, ey. Aber solche. Könnte schon längst fertig sein, wenn ich richtig zählen könnte. Ey. Ehrlich. Ja, Bretter war klar, dass da ein paar zu viel waren. So. Shut up. 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 So, wo haben wir denn hier jetzt noch einen Stein? Eins. Zwei. Drei. Hey. Nein. Warte, der Stein war hier gerade da. Drei. Vier. Ne, stopp. Oha. Da. Da. Nimm den doch noch. So, dann können die beiden auch wieder einziehen. Hier, ne? So, was war das jetzt? Ozilia. Äh, hier. Verwaltung. Oh, die sind schon runter auf 5, ey. Hier. Mist, ey. Schon runter auf 5, ne? Hier, Rainer und Utilia. Ja. Ich hab noch ein ganzes Haus freistehen. Bestätigen. So. So, dann dürfte es doch mit denen jetzt auch wieder aufwärts gehen, ne? Rainer. Da. Ah, minus 9. Oh, so schnell ist der auf minus 9 gefallen. Die auch auf minus 7, ey. Wow. Das ging schnell. Wow. Wow. Okay. Hat das echt zu lange gedauert? Sollte ich mir vielleicht erstmal alle Materialien zurechtlegen? Sag mal jetzt auch. Wie viel Neuen hier? Hohen wir 50 Steine ran. Die nimm dir nochmal 20 Holzstämme mit. Und 36 Bretter. Und dann hast du hier noch, ne? Diesmal holen wir uns erstmal alles ran. Hier, Feder, weg. Bretter, weg. Haben wir hier noch Stücke. Die können auch weg. Jetzt haben wir immer noch 60. Ja, Pech jetzt. Bring die mal weg. Ja. Wie gesagt. Das wollten wir ja heute machen. Das geht so gerade auf. Jetzt sammle ich die Sachen zusammen. Thomas Steine gleich. Hier, das nächste Haus, ne? So. Drehen wir uns mal richtig. Stellt doch hier Inventar. Vollstamm X. Alle und tschüss. So, dann die Steine. Da haben wir so 60 Steine mit hier. Ah, nehmen wir 70. Also 40 und 30. Zweimal laufen. So. 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 Damit das hier ein bisschen schneller geht und die gar nicht so lange aus ihrem Haus raus sind quasi, ne? Ja. Ja. Nächste 30 Steine. Und dann die 36 Bretter. Dann haben wir auf jeden Fall die zwei Häuser heute geschafft. Wir haben die Zäune geschafft. Ist doch wunderbar. Und dann geht's ab in Winter. Ja. Aber vor dem Winter will ich das wohl gerne noch schaffen. So. Wann habe ich gesagt? Steine? Nochmal 30 Stück, ne? Jo. So. Die haben wir auch. Dann zusammen. So. Noch die Bretter. Die glauben wir aber diesmal aus dem Lager. Uh. Ach Quatsch. Inventar brauche ich. So. Die Bretter noch. ja dann haben wir dann auch können wir doch mit den brettern eigentlich auch anfangen so wer wohnt denn hier gutes und um auch schnell bevor nacht ist hier so war einer holstämme kommen gleich ach so ich hatte noch ein ok sehr gut ich wusste nicht wie viel bretter ich brauche von daher ist noch okay nicht genüge drohstoffe nicht genüge drohstoffe achte doch mal was da steht lest das nicht einfach so verträumt so nene gibt es doch jetzt nicht verdammte scheiße hier echt der hammer der hammer der hammer da haben wir 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 vergessen trotzdem nummer zwei mitnehmen hier hast du wieder nicht hingekriegt dann schnappt ihr doch schon mal die holstämme alle ja ich weiß jetzt mal langsam aber dort merkt ja nix erst mal was kaputt machen wir so 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 So, das war fertig, hier ist es nur noch das hier, ne? Tür, Stein, Fenster, Stein, Wand, Stein, so. Also Holzstämme müsste ich ja eigentlich mehr als genug haben, ne? Ja. So, da haben wir einen drinnen, ne? So. Dann sind wir die erste Funke, Steine hier. So, hier. So, dann kriegen wir das doch jetzt hier fertig. So, das ging ein bisschen schneller diesmal, ne? Ja. Die Reste brauche ich gleich nur noch wegbringen, ne? Oh. Gut, ich würde sagen, das bauen wir heute nicht mehr auf. Auf das Lagerfeuer und so. Obwohl, wir können ja gleich mal gucken, ob wir alles dafür da haben. So, Steine. Jetzt habe ich doch erst die Tür gebaut. Mann, Mann, Mann. Schnell noch vor dem Winter hier. Fertig werden. Boah. Oh, ho, 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 ho. Ich würde mal sagen, wir sind etwas überladen, aber nur minimal. Mal gucken, wie viel wir gleich noch auf den Rippen haben, ne? Wenn alle Steine weg sind, bleiben wir wahrscheinlich noch etwas überladen, ne? Also, ganz kommen wir nicht ins Gleichgewicht, oder? Ah, wer weiß, vielleicht. Ah, also viel haben wir nicht über, ne? Äh, oh, Mann. So. Ähm, ja. So. Verwalten. Chibora F. Mit S-Bohr. Yep. Sehr schön. Die haben aber auch schon 1%, ey, wie schnell da drunter sinkt, ne? Verrückt, ey. So, gucken wir mal, wann brauche ich denn für so ein Lagerfeuer? Ach, hier. Das große Brennholz 6 Stück. Aha. Ja. Ja. Machen wir das noch schnell? Zumindest schon mal das Lagerfeuer. Bisschen Brennholz. Bisschen Steine. Holzstämme können, glaube ich, raus. Glaube ich, weiß ich auch nicht, ne? Ja. Ah, komm. Die weg. Die weg. Die weg. Dafür 6 Brennholz. Ja. Die Bretter können auch weg. 13 Stück. Stock kann weg. Stock kann weg. Stroh kann weg. Steine. Wie viele Steine brauchen wir denn? 12. Ja, das passt genau, ne? So, dann bauen wir noch zusammen ein Lagerfeuer auf. Dann können wir morgen, ähm, da würde ich auch nochmal zwei Häuser wieder so umwandeln wie jetzt. Und, äh, hier die Sitzgruppe weiter bauen. Und, ja. Ja, hier direkt bei mir am Haus. Finde ich cool. So, jetzt kommt es nur darauf an, ob ich da überhaupt eins aufbauen kann. Ja, klar. Sehr geil. So, sind das schon mal an. Jo, sehr geil. Und wenn da dann die ersten Sitzgelegenheiten sind. Cool. Ja. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir gehen in die nächste Runde. Und wenn euch diese Runde hier heute gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Schaut euch auch gerne alle anderen Videos an. Würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.